Der tragbare Game Boy von Nintendo ist da und jede Menge Spiele zum Auswechseln, Stereo-Kopfhörer, Dialogkabel für Wettkämpfe live und das spannende Spiel Tetris sind beim Game Boy gleich dabei. Spiel wo immer du willst mit dem tragbaren Game Boy, die Actionwelt für coole Köpfe von Nintendo. Sofort ein? Natürlich der Nintendo Game Boy. Genau und um diesen Game Boy soll es in diesem neuen Video heute gehen. Geschichte, Spiele und Faszination dieser kleinen wunderbaren Handheld-Konsole. Ja, der wunderbare Game Boy, die tragbare Videospielkonsole von Nintendo hat bis heute nichts von ihrer Faszination verloren. Ganz im Gegenteil, der Game Boy ist ja über die ganzen Jahrzehnte hinweg ein absolutes Kultobjekt geworden, ein Kultobjekt der 90er Jahre. Ja, schon der Anblick der ersten erfolgreichen und tragbaren Spielekonsole von Nintendo dürfte bei den allermeisten Kindern der 90er Jahre heute noch schöne Erinnerungen wachrufen und genau aus diesem Grund möchte ich den guten alten Game Boy in diesem Retro Review für euch Revue passieren lassen. Nicht nur schöne Erinnerungen, wie gesagt, werden hier wachrufen, sondern auch das Bedürfnis, noch einmal in die Welt von Super Mario, Donkey Kong und Zelda einzutauchen. Objektiv gesehen ist es natürlich nur schwer zu erklären, doch jeder von uns, denke ich, kannte den Game Boy damals in der Kindheit oder kannte zumindest einen, der einen hatte sozusagen. Also, wenn man in den 90er Jahren aufgewachsen ist, ist einem der Game Boy auch ein Begriff. Der gute alte Game Boy, eine klassische 8-Bit-Handheld-Konsole, damals von Gunpei Yokohi entwickelt und von Nintendo erstmals am 21. April 1989 in Japan veröffentlicht. Damals zu einem Preis von 12.500 Yen. In Europa war die Konsole dann ab Herbst 1990 erhältlich und wurde dann in Deutschland zu einem Preis von 169 D-Mark verkauft. Der Öffentlichkeit vorgestellt wurde der Game Boy dann aber schon bereits 1989 zum allerersten Mal und mit mehr als 118,69 Millionen verkauften Exemplaren ist der Game Boy einer der meistverkauften Spielekonsole überhaupt und war lange Zeit die meistverkaufte Handheld-Konsole weltweit. Und dieser Verkaufsrekord wurde dann später nur vom Nintendo DS, seinen rund 154 Millionen verkauften Konsolen, sozusagen übertroffen. Würde man heute einem Kind einen alten Game Boy unter den Weihnachtsbaum legen, würde es seinen Eltern wahrscheinlich zu Recht den Vogel zeigen. Und die Wahrscheinlichkeit, dass der Vater oder die Mutter an dieser Kiste mehr Spaß haben als das Kind heute, wäre wahrscheinlich sehr groß. Solchen Kultstatus hat der Game Boy über die ganzen Jahrzehnte erreicht. Die Grundlage für den Game Boy, wie wir ihn heute noch kennen, wurde 1980 bereits von Nintendo gelegt. Denn damals vermarktete Nintendo die sogenannte Game & Watch Reihe, welche eine 57-teilige Serie von elektronischen LCD-Spielekonsolen bereits von Nintendo war. Alle Game & Watch Konsolen damals von Nintendo hatten ein einziges vorinstalliertes Spiel eingebaut und waren meist dem Spiel entsprechend designt. Wollte man damals ein anderes Spiel spielen, musste man einfach ein neues Game & Watch Gerät kaufen. Manche von euch kennen diese Geräte vielleicht noch. Die waren damals heiß begehrt in Japan. Bei uns in Deutschland gab es dann auch solche Teile, aber auch von verschiedensten Herstellern. Diese Game & Watch Geräte dienten also als Grundlage für den späteren Game Boy. Am 28. September 1990, wie anfangs erwähnt, war es dann endlich soweit. Die Kiste erschien auch hier in Deutschland und der Game Boy kam hier in die Läden unseres Vertrauens. Und schon bald wurde der Game Boy nach ganz kurzer Zeit dann auch bei allen Kindern in Deutschland zu einem absoluten Statussymbol. Zu der damaligen Zeit dürften allerdings seitens Nintendo die wenigsten geahnt haben, was für eine Erfolgsgeschichte an dem Erscheinungstag beginnt. Denn viele Fachleute damals und Presseleute kritisierten den simplen Schwarz-Weiß-Bildschirm des Game Boys und die niedrige Leistungsfähigkeit des Gerätes und waren eigentlich fest davon überzeugt, dass man Videospiele damals nur an einem Heimcomputer spielt oder an stationären Konsolen und niemals an solchen tragbaren Handheld-Konsolen wie einem Game Boy. Doch wie wir alle wissen, war diese Einschätzung komplett falsch und der Game Boy strafte alle seine Kritiker und Lügner ab und wurde wie gesagt zur erfolgreichsten Handheld-Konsole aller Zeiten. Der Game Boy ist natürlich keineswegs zeitlos, sondern ist natürlich auch vor Jahren schon technisch hoffnungslos veraltet gewesen. Er besaß einen Speicher von gerade mal 8 Kilobyte und die Grafik konnte eine Auflösung von 160x144 Pixeln auf dem Bildschirm zaubern. Bunte Bilder im Spiel gab es lange Zeit nicht zu sehen, denn bis zur Einführung des Game Boy Color dann später bestand das Bild des Game Boys lediglich aus vier unterschiedlichen Grautönen. Für viele Kids heute wahrscheinlich unvorstellbar war natürlich der alte Game Boy kein Smartphone, er war auch nicht wirklich smart und er ließ sich schon gar nicht mit dem Internet verbinden. Damals gab es das natürlich alles noch nicht. Die einzelnen Geräte ließen sich dann nur mithilfe eines Kabels miteinander in Verbindung setzen. Trotzdem war der Game Boy nie ein Spielzeug für Einzelgänger, sondern immer fester Teil der Community und das gemeinsame Spielen war auch damals schon groß angesagt. Da es also damals noch kein Internet gab, hatte man als Kind natürlich auch nicht die Möglichkeit, mal schnell zu googeln, um zu schauen, wie man bei einem bestimmten Spiel weiterkommt. Da blieb einem nur eins dem besten Kumpel, um Rat zu fragen. Das tat man dann klassisch auf dem Schulhof. Da zeigte man sich untereinander immer die neuesten Games für den Game Boy. Das machte das alles aber auch so schön und so wunderbar im Nachhinein. Der Game Boy erschien ja damals bekanntlich mit dem Klassiker Tetris. Ich glaube, das war auch das erste Spiel, das ich wirklich bis zum Verrecken gespielt habe. Obwohl ich nie wirklich weit kam in Tetris, war es aber, denke ich, wie bei vielen Kids, das einzigste Spiel, was man am Anfang hatte, bevor man dann irgendwann mal ein neues bekommen hatte von den Eltern und daher spielte man das bis zum Verrecken. Kurz danach kamen dann aber schon all die legendären Spiele auf den Markt, deren Namen wir heute alle noch kennen, wie zum Beispiel Super Mario, Donkey Kong, Zelda, Metroid und später die vielleicht erfolgreichste Spiele-Serie überhaupt für den Game Boy, Pokémon. Der Game Boy war an sich eine relativ simple Konsole. Er hatte die A- und die B-Taste sowie ein Steuerkreuz und trotz seiner Einfachheit, will ich jetzt mal sagen, hatte er über die Jahre es einfach geschafft, wunderbare, teils simple, aber auch teils hochkomplexe Spiele auf den Markt zu bringen, die uns allen heute noch ein Begriff sind. Zu den genannten A- und B-Tasten kamen natürlich dann noch die Tasten Select und Start hinzu und diese waren dann für die Kontrolle der Spielfigur aber in der Regel ohne Bedeutung. Die Gegner in den meisten Spielen agierten anhand vorgegebener Muster und die Entwicklung einer anständigen KI steckte damals natürlich noch in den Kinderschuhen. 1994 brachte Nintendo dann den Super Game Boy auf den Markt, einen Adapter, der es dann möglich machte, eure Game Boy-Spiele auf dem Super Nintendo zu spielen und dann alles am großen TV und in Farbe bestaunen zu können. 1995 sorgte dann die Kampagne Play It Loud für den Game Boy für Verwirrung, aber laut Nintendo war Play It Loud lediglich ein Werbeslogan und hatte nichts mit einer angeblich höheren Lautstärke zu tun, die man irgendwie und irgendwo erwartet hatte. 1996 erschien dann der Game Boy Pocket, eine nur halb so dick und etwas kleinere Version des Game Boys, also einfach eine kompakte Variante des Originalgerätes mit einem etwas größeren Schwarz-Weiß-Display und 1997 erschien dann nur in Japan eine modifizierte Variante dieses Game Boy Pockets, der dann eine integrierte Hintergrundbeleuchtung hatte. Danach ging es eigentlich mit den Weiterentwicklungen des Original Game Boys Schlag auf Schlag, denn 1998 wurde dann der Game Boy durch den Game Boy Color abgelöst, der knapp neun Jahre nach Erscheinen des Atari Lynx endlich auch einmal Farbe bei einem Game Boy darstellen konnte und das war damals allerhand. Der Atari Lynx war da, wie gesagt, schon ein paar Jahre vorher draufgekommen, Nintendo brauchte da ein bisschen länger. 2001 erschien dann der Game Boy Advanced mit erstmals wieder komplett runderneuerter Hardware und einem weit verbesserten Farbbildschirm. 2003 wurde die zusammenklappbare Variante des Game Boy Advanced, der Game Boy Advanced SP, dann mit zusätzlicher Frontbeleuchtung und integrierten Lithium-Ionen-Akku eingeführt. Neben all den Neuerungen und den verschiedenen Game Boy-Varianten, die Nintendo über all die Jahre dann auf den Markt brachte, achteten sie immer wieder darauf, dass die Geräte untereinander kompatibel blieben. So veränderte sich zwar der Eingang für das benötigte Link-Kabel, das Unternehmen Nintendo lieferte aber immer einen kostenlosen Adapter dazu. Der heute so moderne Community-Gedanke wurde damals also schon gelebt und geboren. Auch alle Spiele damals konnten in der Regel problemlos auf allen Varianten des Game Boys gezockt werden. Besitzer des Original-Game Boys konnten also problemlos mit jemandem Spiele austauschen, der zum Beispiel den Game Boy Color besaß. Das sorgte natürlich dafür, dass die alten oder die Original-Game Boy-Besitzer zu einer großen Gemeinschaft zusammenwuchsen, in der es eigentlich keine Unterschiede zwischen den verschiedenen Game Boy-Modellen gab. 2004 erschien zunächst nur in Japan und in den USA, 2005 dann auch in Europa der Nintendo DS. Den kennen wir natürlich auch alle noch. Obwohl das Gerät damals abwärts kompatibel zu Game Boy Advance-Modulen, sprich zu spielen war, stellte der Nintendo DS zum ersten Mal keinen klassischen Game Boy-Nachfolger dar, sondern sollte laut Nintendo neben der Game Boy-Linie separat existieren. 2005 kam dann mit dem Game Boy Micro noch eine weitere, kleinere Version des Game Boy Advance auf den Markt. Also ihr seht schon, Nintendo war immer bestrebt, verschiedene Varianten und Versionen einer Konsole herauszubringen. Das haben sie ja bis heute beibehalten. Dem einen gefällt das, dem anderen stört das eher. Noch im selben Jahr erschien dann in Nordamerika der Game Boy Advance SP, nochmals sozusagen, nur dieses Mal nochmal mit einer verbesserten Hintergrundbeleuchtung, die dann der Beleuchtung des Game Boy Micros entsprach. 2006 erschien dann der Nintendo DS Lite und dieser war ja dann eine kleinere Version des klassischen Nintendo DS mit verbesserten Display. Zum ursprünglichen alten Game Boy hatte ich fast vergessen, gab es 1995 dann nochmal eine sogenannte Special Edition. Dieser Game Boy war zwar technisch mit dem Game Boy Classic, sprich mit dem alten ursprünglichen Game Boy identisch, aber in zunächst sechs unterschiedlichen Gehäusefarben erhältlich. Rot, Gelb, Grün, Schwarz, Weiß und Transparent. Später dann auch in Blau. Dazu gab es dann noch eine Tragetasche. In diese Tragetasche passten dann das Gerät, vier Ersatzbatterien und bis zu fünf Spielehüllen. Wohin lag nun aber im Nachhinein, oder besser gesagt bis heute der große Erfolg des Game Boys begründet? Und vermutlich hatte Nintendo damals einfach den Nerv der Zeit getroffen. Wie gesagt, war der Atari Lynx ja damals schon auf dem Markt und das auch in Farbe und dennoch hatte ja der Game Boy damals dem Atari ja eigentlich den Rang abgelaufen und alle setzten weiterhin auf den Game Boy. Und das, obwohl er nur in diesen vier Farben Spiele darstellen konnte. Und eigentlich der bunte Atari Lynx, wenn man es objektiv betrachtete, weit, weit vorne liegen musste. Das war aber nicht der Fall. Also, der Game Boy hatte irgendwie den Nerv der Zeit getroffen. Heute, wo jeder sein eigenes Smartphone besitzt, kann man sich das wahrscheinlich kaum vorstellen. Damals aber waren tragbare Computerspiele einfach etwas ganz Besonderes und einfach nicht alltäglich. Dazu kam wahrscheinlich noch diese geniale Mischung aus Einfachheit und Komplexität und die Spiele waren einfach wunderbar simpel zu steuern, einfach verständlich und beinahe jedes Game konnte einfach drauf losgespielt werden. Und dennoch besaßen viele Spiele damals einen erstaunlichen Tiefgang und das, obwohl natürlich die Technik damals noch nicht so weit fortgeschritten war. Und das ein oder andere Spiel hat einem da schon mal den Nerv geraubt und an den Game Boy gefesselt. Oftmals allerdings auch notgedrungen, denn viele Spiele damals besaßen schlichtweg einfach keine Speicherfunktion. Und deswegen musstet ihr natürlich das Spiel immer wieder von vorne beginnen und das wäre für viele Spiele heute einfach unvorstellbar. Das Schöne damals war aber, wir zockten nicht im Internet gegen anonyme Gegner, sondern wir trafen uns noch klassisch, ganz normal auf dem Schulhof oder auf der Straße nach der Schule, im Freibad oder beim Fußballzocken. Das Thema Game Boy durfte dabei aber nie fehlen. Also egal, was wir als Kids getan haben, wir hatten eigentlich fast immer mindestens einen Game Boy dabei, um zwischendrin mal zu zocken. Interessant ist auch, um das Abspielen damals von nicht lizenzierter Software seitens Nintendo auf dem Game Boy zu verhindern, besaß der Game Boy einen sogenannten CPU-internen Bootloader als Kopierschutz. Und beim Start eines Spiels damals, eines lizenzierten Spiels, wurde ja bekanntlich das Nintendo-Logo eingeblendet, das ihr natürlich alle noch kennt. Und sobald dieses Logo dann die Bildschirmmitte erreicht hatte, verglich der CPU-interne Bootloader das Logo auf dem Spielemodul mit dem intern abgespeicherten Nintendo-Logo. Das war sozusagen der erste Kopierschutz auf dem Game Boy. Und da dieser Kopierschutz auf den Einsatz des markengeschützten Nintendo-Logos beruhte, hätte dessen Verwendung für ein nicht lizenziertes Produkt, sprich für eine Raubkopie eines Spiels, dem Hersteller Nintendo dann die Möglichkeit gegeben, den entsprechenden Anbieter zu verklagen. Ausnahmen gibt es jedoch immer wieder, denn dem britischen Entwickler Argonaut Software gelang es dann, diesen Logo-Schutz auszuhebeln, da der Bootloader das Logo vor dem Vergleich erneut vom Spielemodul gelesen hatte. Und Argonaut und Nintendo gingen dadurch eine Geschäftsbeziehung ein, die dann zur Entwicklung des 3D-Zusatzchips für das Super Nintendo, sprich den Super FX-Chip, führte. Das ist mal interessant zu wissen, wie ich finde. Der gute alte Nintendo Game Boy. Viele Fans haben dieser kleinen Kiste ja bis heute noch die Treue geschworen. Alte Konsolen und Geräte finden im Internet ja noch immer ihre Abnehmer. Und das zu wirklich teilweise beachtlichen Preisen. Und ausgerechnet der damals große Verkaufsflop, sprich der Game Boy Micro, ist hier im Internet heute noch am wertvollsten. Auch fast alle Spieleklassiker von damals sind ja heute im Netz noch zu bekommen. Wie gesagt, ist da noch ein großer Markt und viele Kinder der 90er Jahre scheinen halt immer wieder mal das Bedürfnis zu haben, in die Kindheit zurückzutauchen sozusagen. Denn dieser Retro-Charme hat eigentlich nie wirklich aufgehört zu wirken. So finden sich bei YouTube heute ja noch zahlreiche Videos zu Game Boy Spielen. Und dabei wurde YouTube selbst ja im Jahre 2005 erst gegründet, sprich ist damit 16 Jahre älter als der Game Boy an sich. Letztlich also lebte der Geist des guten alten Game Boys auch in vielen vermeintlich neuen Spielwelten heute weiter. Auch viele Smartphone-Spiele zum Beispiel und Browser-Games heutzutage setzen auf die geniale Mischung aus innovativer Steuerung und simpler Grafik. Bedeutet, dass das Erfolgsrezept des Game Boys heute noch in der Videospielbranche wieder zu erkennen ist. Der gute alte Game Boy. Ich denke, das soll es auch von mir jetzt gewesen sein. So viel zu meinem kleinen Retro-Review für euch. Ich hoffe, es hat euch mal wieder gefallen. Wenn es das getan hat, dann hoffe ich, hören wir uns einfach im nächsten Video. Dann wäre ich mal wieder raus für heute. Ich danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Mojo. Bye, bye. Bis zum nächsten Mal.